Jetzt nochmal zu den wichtigsten Aktien-News oder weiteren Aktien-News der Woche. Tom, schieß gerne los mit dem ersten Wert. Ja, schieß die gerne alle durch, dann sehen wir auch die Logos direkt. Ja, wir sehen hier direkt Lowe's, Target und Macy's. Interessante Werte jetzt aus der vergangenen Woche gewesen. Wir sind Einzelhandelsunternehmen allesamt. Lowe's ja tatsächlich auf Baumärkte, das heißt auf Do-it-yourself-Projekte, so ein bisschen fokussiert. Hat jetzt zuletzt die Jahresprognose zurückgeschraubt. Auf der anderen Seite Target, hat zuletzt die Zahlen, die Erwartungen der Börse geschlagen. Wir haben das ja auch bei Walmart gesehen, die ja auch so ein bisschen die Erwartungen der Börse geschlagen haben. Macy's auf der anderen Seite, auch ein Unternehmen, was Kaufhäuser in den USA betreibt, hat die Erwartungen nicht schlagen können. Hat dementsprechend minus 10% an der Börse verloren zuletzt. Der Daten-Cloud-Anbieter Snowflake hat mit den Zahlen eigentlich überzeugt. Die Prognose war, glaube ich, ein bisschen schwach, sodass das Unternehmen jetzt zuletzt einen 7% Abschlag bekommen hat. Und gemischte Zahlen, würde ich sagen, besonders Einzelhandel ist natürlich sehr durchmischt. Absolut, das wollte ich gerade sagen. Wir haben ja mit Walmart, Costco und Target drei Unternehmen, die jetzt im ersten Halbjahr so ein bisschen das Verbrauchervertrauen, das Konsumklima ist aufrecht geblieben. Das war ja auch mal so eine Säule von der FED, warum man dann die Zinsen senken muss. Da ist es relativ resilient, aber wir sehen natürlich auch bei Lois und letzte Woche bei Home Depot, da natürlich, wie gesagt, die DIY-Anbieter für die Lösung oder Baumarketten schlussendlich, die so ein bisschen für das zweite Halbjahr schlechtere Prognosen haben, weil die Unternehmen oder genau, weil die Haushalte so ein bisschen ihre Investitionen in Bezug natürlich auf Bauprojekte so ein bisschen verschieben. Wie gesagt, so ein bisschen zweischneidiges Schwert, die diskretionären Produkte, also die Alltagsbedarf, Lebensmittel, die laufen weiterhin. Genau, wir werden es in den nächsten Quartalen so ein bisschen im Blick haben. Genau, gehen wir mal zu weiteren News. Ich schieße sie gerade einmal alle durch. Genau, Workday, auch ein Datenbasierter oder Cloud-Anbieter von Software, übertraf auch mit den Quartalzeilen die Erwartung des Marktes. Allerdings senkte man das Wachstumsziel für das Abonnementgeschäft, was, wie gesagt, einen Großteil des Umsatzes ausmacht. Wie gesagt, trotz schlechten Ausblick, plus 11% für Workday, also infolge der Quartalzahlen, kommen wir zu JD Sports. Dann blicken wir einmal wieder nach England, ein britischer Einzelhändler für Sportmarken, der auch so leicht die Umsatzerwartung oder des Marktes übertroffen hat, nachdem man ja ein erstes und zweites schwächeres Quartal hatte. Da so ein bisschen jetzt mit höheren Umsätzen und man bekräftige, was schlussendlich den Wert 18% nach oben schossen ließ, die Vorgaben fürs Gesamtjahr. Dann gucken wir noch auf Swiss.re. Wir haben uns den Wert auch einmal in einem besten Werkstatt angeguckt. Das ist ein Rückversicherer, die aber auch ein Erstversicherungsgeschäft haben. Da hatte man ja sehr solide, robuste Halbjahreszahlen. Aufgrund der gestiegenen Versicherungsprämien steht der Bruttoversicherungsumsatz hier um 3,2% auf knapp 22,5 Milliarden. Und auch hier, wie gesagt, der Aussicht, was die Börse ja immer stärker bewertet als irgendwelche historische Sachen, hat man ebenfalls bestätigt oder bekräftigt. Deswegen ging es für den Wert 8% hoch. CTS Eventim, Tom, willst du da vielleicht noch gerne was zu sagen? Ja, die hatten wir uns ja letzte Woche in der Aktienwerkstatt, im Aktienroundup und in der Aktienwerkstatt angeschaut, die Quartalszahlen so ein bisschen näher beleuchtet. Das Unternehmen hat profitiert von dem Trend hin zu Erlebnissen, dass die Konsumenten doch bereit sind, tatsächlich viel Geld für Ergebnisse auszugeben, für Erlebnisse auszugeben und dafür dann auch Tickets zu kaufen. CTS Eventim, der Ticketverkäufer aus Deutschland mit einem großen Standbein in Europa, der jetzt auch so ein bisschen auf den US-amerikanischen Markt übergehen möchte. Das hat den Investoren sehr gut gefallen. Wir haben einen Plus von 6%, zeitweise waren es glaube ich knapp 10%, die wir im Plus waren, zuletzt wieder mit 6% rausgegangen. Genau, wer da noch zu Näheres wissen will zur gesamten Branche, wie gesagt, wir haben sie im Aktienround am CTS Eventim behandelt, in der Aktienwerkstatt Live Nation und Sphere. Auch sehr spannende Werte aktuell, so ein bisschen mit den ganzen Erholungen von Corona, mit den gestiegenen Ticketpreisen, um den Bogen zurückzusparen. Wer da nochmal drauf zurückkommen möchte, kann sich gerne in unserer Aktienbibliothek die Werte nochmal angucken, beziehungsweise die beiden Formate. Springen wir nochmal zur letzten Aktien-News-Folie. Ich schieße es, wie gesagt, einmal wieder durch. Und Thomas hat es schon angesprochen, in den Hang Seng oder bei den asiatischen Börsen, was sie gerade so ein bisschen runterzieht, ist einmal JD.com, ein großer Tech-Krise, auch mit einem großen Cloud-Segment, der letzte Woche angekündigt hat, beziehungsweise Walmart kündigte an, seine Beteiligung zu veräußern. Man veräußerte sie mit Verlust und trennte sich generell einfach von der Beteiligung, was so ein bisschen, wie gesagt, den Wert von JD nach unten zog, weil es halt keinen Anklang bei den Investoren gefunden hat. Dann noch einen Wert aus dem MDAX, ein kleinerer Wert, Red Care Pharmacy. Da war es nicht der eigene Wert, den ihn quasi runtergezogen hat, sondern vom Wettbewerber Doc Morris in beides Online-Apotheken, die mit auch gesenkter Prognose für das Jahr 2024, was in dem Fall zum deutlichen und größten Kursdrucksetzer gefügt hat von minus 12%. Man hat hier natürlich jetzt Angst, dass tatsächlich, wenn Doc Morris die Ergebnisse oder die Erwartung für das Geschäftsjahr oder die Prognose für das Geschäftsjahr so ein bisschen runterschrauben muss, dass es bei Red Care Pharmacy jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es da dann tatsächlich auch so kommt und dementsprechend wird hier dann tatsächlich schon was vom Kurs abgenommen und so ein bisschen die Erwartung des Marktes zeigt jetzt so ein bisschen darauf, dass man hier auch erwartet, dass hier auch die Prognose zusammengestrichen wird. Lass uns weitergehen. Upcoming earnings als nächstes Mal. Genau, mit bisschen Blick auf die Zeit. Bis zum nächsten Mal.